Früher war von Rivalität die Rede, heute herrscht Harmonie, König Charles III. und Prinz William stehen sich derzeit so nahe wie nie zuvor. König Charles, 75, und Prinz William, 41, haben ihre Differenzen beigelegt. Die Herausforderungen in der britischen Königsfamilie haben sie einander näher gebracht, wie The Times berichtet. Sowohl der König als auch Williams Frau, Prinzessin Kate, 42, kämpfen gegen Krebs. Einigkeit in schwierigen Zeiten Das britische Königshaus sieht sich mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Prinz Harry, 39, und seine Frau Meghan, 42, sind 2020 in die USA gezogen und haben sich von ihren royalen Pflichten zurückgezogen. Auch Prinz Andrew, 64, ist von seinen öffentlichen Ämtern zurückgetreten, nachdem seine Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, 66, 2019, öffentlich wurde. Ein Insider berichtet gegenüber The Times, dass Charles und sein ältester Sohn oft miteinander über heiklen Familienangelegenheiten, die Prinz Andrew, Harry und Meghan betreffen, sprechen. Ihre gemeinsamen Bemühungen, diese Probleme zu bewältigen, sollen sowohl ihre persönliche als auch ihre berufliche Beziehung gestärkt haben. Weiter heißt es, wenn es jemals Rivalitätsgefühle zwischen den beiden gegeben habe, dann ist das ein Kapitel der Vergangenheit. Eine Quelle, die William nahe steht, fügt hinzu, er möchte seinen Vater unbedingt unterstützen. Das ist nichts Neues, aber bei allem, was der König wegen seiner Behandlung durchmacht, wird er ihn natürlich weiterhin unterstützen, so gut er kann. Sorgenkinder der Royals Vor allem Williams' jüngerer Bruder sorgt im Palast immer wieder für Spannungen. Harry und Meghan haben in Interviews und in Harrys Buch schwere Vorwürfe gegen das Königshaus erhoben. Bei seinem Besuch in London im Mai traf der 39-Jährige weder seinen Vater noch seinen Bruder. Probleme hat Charles auch mit seinem Bruder Andrew. Spekulationen, dass er aus der Royal Lodge in Windsor ausziehen soll, sorgen für zusätzliche Spannungen. In der britischen Presse wird immer wieder spekuliert, Andrew wird zum Auszug aus dem Anwesen gedrängt.